Die Europameisterschaft findet in Deutschland statt und während der Ball im Spiel ist, brodeln die Transfergerüchte weiter. Welcher Spieler wird diesen Sommer den Verein wechseln? Wer könnte der Nächste sein, der unser Hemd trägt? Seit dem Saisonende ist bei Borussia Mönchengladbach viel passiert und heute bringen wir überraschende Neuigkeiten über einen Deal, der sicher schien, aber eine weitere unerwartete Wendung nahm. In den letzten Monaten gab es große Erwartungen an die mögliche Verpflichtung von Marcel Hartl. Der 28-jährige Mittelfeldspieler aus Köln spielte beim FC St. Pauli eine glänzende Saison und trug mit 17 Toren und 13 Assists zum Aufstieg der Mannschaft in die Bundesliga bei. Da sein Vertrag in Hamburg nicht verlängert wurde, glaubten viele, Hartl sei dazu bestimmt, nach Gladbach zu wechseln. Es wäre ein interessanter Transfer, wenn man bedenkt, dass Hartl in Köln, einem traditionellen Rivalen der Borussia, geboren und aufgewachsen ist. Er selbst erwähnte in einem Interview mit Sky, dass er wisse, dass sein Wechsel nach Gladbach nicht allen gefallen würde, betonte aber, dass im modernen Fußball nichts unmöglich sei. Alles deutete darauf hin, dass der Mittelfeldspieler auf dem Weg zur Borussia war, was für unsere Mannschaft eine pikante Übernahme gewesen wäre. Die Gerüchte nahmen jedoch eine unerwartete Wendung. Aktuelle Informationen bestätigen, dass Marcel Hartl kurz vor einem Wechsel zum nordamerikanischen MLS-Klub St. Louis City steht. Seit seinem offiziellen Abschied von St. Pauli am 23. Mai suchte Hartl nach einer neuen Herausforderung im Ausland und es sieht so aus, als hätte er in Nordamerika seine Bestimmung gefunden. St. Louis City, wo der deutsche Trainer Lutz Pfannenstiel viele Jahre lang als Sportdirektor fungierte, ist in der besten Position, Hartl zu verpflichten. Das attraktive Gehaltsangebot und die Möglichkeit, in der MLS zu spielen, scheinen den Spieler überzeugt zu haben, in die USA zu wechseln. Auch andere Vereine haben Interesse bekundet, doch der amerikanische Vorschlag scheint derzeit der attraktivste zu sein. Den ebenfalls spekulierten Transfer von Hartl zum türkischen Trabzonspor können wir definitiv ausschließen. Interessanterweise gab Marcel Hartl am 20. Februar 2016 gegen Gladbach sein Profidebüt, als er für Köln spielte. Nun sieht es so aus, als würde der Rheinländer auf seiner neuen Reise in der MLS nicht nach Gladbach zurückkehren. Also, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach, was haltet ihr von dieser Wende? Haben Sie sich auf Hartl's Einkampf gefrüht? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen.